Hi, hi, ich bin Hess, Harrison Osterfield. Die meisten kennen mich als... Okay, ist ja gut, Mons. Die meisten kennen mich gar nicht, was vielleicht auch ganz gut ist. Okay, Moment, ich erklär's. Ich bin der beste Freund und Personal Assistant von Ihnen hier. Ja, genau, den Typen, der den neuen Spider-Man spielt, Tom Holland. Was er allerdings von mir nicht weiß. Kommt mal näher. Los. Ich bin der echte Spidey. Guckt. Sorry. Ihr seht, easy ist das Ganze nicht. Und das hier ist noch gar nichts. Warum ich Tom eigentlich sogar auf Schritt und Tritt verfolgen muss. Wer noch von meinem Geheimnis weiß, welche Gefahren auf uns zukommen und ob unsere Freundschaft das überhaupt überleben kann. Das seht ihr bald. Das war's. Kommons. Tom, darf ich mal deine Muskeln anfassen? Hey, Finger weg von dir! Ah! Also, Ms. Das war's. Okay. Bye. Sehr schön. Die- Sie sind unmöglich. Also, es war's. Untertitelung des ZDF, 2020